Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute mal zu etwas anderem. Ihr fragt euch bestimmt, warum bin ich auf einer Seite geschminkt und auf der anderen nicht. Ich wollte einfach mal den Kontrast zeigen zwischen ohne Make-up und mit Make-up. Ich werde auch voll oft gefragt, warum ich mich überhaupt schminke. Das ist ja voll unnötig und so. Es gibt bestimmt viele Gründe, warum der eine oder andere sich schminkt. Ich schminke mich zum Beispiel, weil ich das schön finde, weil es mir Spaß macht. Nicht um mich unter dem Make-up zu verstecken. Also ihr wisst, was ich meine. Ich gehe auch ungeschminkt aus dem Haus. Also ich gehe auch voll oft ohne Schminke in die Schule, weil ich einfach keine Lust habe. Mir ist es eigentlich egal, ob die Leute mich jetzt geschminkt sehen oder nicht. Aber das sieht ja jeder anders. Aber lasst uns einfach das Tutorial starten. Und ich wollte noch dazu sagen, das Make-up-Tutorial ist ohne Sprechen. Also ich mache es einfach so. Ihr könnt es einfach anschauen. Ich mache es einfach so. Ich mache es einfach so. Ich gehe auch einfach so. Ich gehe auch auf das Thema Mal. Ich gehe auch auf das Thema Mal. Bis zum nächsten 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 Mal. ...